Sie haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Passage! Wir haben ein verbündete Traor! Gehto für die Träger, jetzt! Achtung! Sie haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Wir haben das Wasser nicht gegessen. Auf diese Stelle konzentrieren! Achtung! Das war's für heute. Wir haben sie! Das war ziemlich ordentlich! Wir haben sie! Die HG ist ein dickes Loch in die Appanzierung! Verbindetes Fahrzeug ausgefallen! Abwechslung. Wir haben die Künzerung durchschlagt. Jetzt liegt es an uns. Es ist uns keiner übrig. Einer weniger! Wir haben die Künzerung durchgeführt. 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 Es sind Gegner in unserer Basis. Der Gegner hat nur noch einen Panzer. Wir schaffen das. Wir haben die Künzerung durchgeführt. 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 Diesen Bereich fokussieren. Gegner schruttreißen! Ist der Job überhaupt? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.